Ich bin nicht anstrengend. Ich also. Ich muss mal ein Stück in Zuckerstuhl gehen. Was? Der Kost ist. Der Kost ist. Der Kost ist. Der Kost ist. Ich hab wieder mal einen Knie angehauen. Was ist noch Kost? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Sag mal ja. Die Musik ist geil. Das ist in der Showbahn. Schau, schau. Die selbe Showbahn habe ich schon mal gehabt hier. Das ist die Eskalation. Das ist die Eskalation. Ja, wir können auch schaukeln. Bleibel. Komm schon! Was ist das? na ja Kopfstand ist auch cool Ja geil Mann! Oh Gott! Ich stehe hier in der Gondel! Die Fahrt wird immer kürzer! Ah, Ende! Wird doch immer voller, oder? Oh doch, geht es! Sporten!